Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 31.000 US-Dollar. Wir sind gestern wieder ein bisschen angestiegen. Heute ist Feiertag in den USA. Vermutlich wird es dadurch ein bisschen ruhiger werden. Wir werden nicht viele News heute haben. Morgen geht es dann erst wieder richtig los. Morgen USA offen, morgen VPI-Daten. Also da kommen morgen relativ viel auf uns zu. Deswegen gehe ich heute erst einmal von ein bisschen ruhigeren Tag aus. Trotzdem könnte sich bei Bitcoin einiges tun. Was ich tun könnte, wie wir uns positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, join da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Gestern gab es kein Update, weil es einfach nichts wirklich gab, was es zu besprechen gab. Bitcoin, ja wie gesagt, jetzt... Oh, die Nase juckt jetzt gerade, ey. Bei 31.000 US-Dollar heute Nacht ging es mal ganz kurz bis auf 31.400 US-Dollar. Wir haben dieses Hoch hier nochmal versucht abzugreifen, hat nicht ganz geklappt. Aber, und jetzt gehen wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, wir haben ein höheres Hoch endlich mal geschafft. Zumindest hier vom Schlusskurs her haben wir die letzten Hochs von 30.700 bzw. 30.800 erst einmal rausgenommen. Ein ganz neues Hoch. Dafür hätten wir ein Close über 31.400 gebracht. Also, so der erste Entry war schon mal ganz gut. Wir haben grundsätzlich ein höheres Hoch gekriegt. Vom Schlusskurs her nehmen wir jetzt die Wicks noch mit, dann hat uns noch knapp 100, 200 US-Dollar gefehlt. Also, wir sind jetzt gerade so momentan zwischen komplett bullish oder wir kriegen jetzt gleich komplett die Korrektur einfach reingesessen. Aber ansonsten sieht sich schlecht aus. Klar, auf dem Daily könnte sich jetzt langsam die Barista-Vergions andeuten bzw. mit Schlusskurs hätten wir die halt eben schon. Sollte uns aber noch nicht so zu denken geben. Gehen wir wieder zurück in die kleineren Time-Frames. Gleichzeitig, wir machen mal ganz kurz die Divergenz weg, haben wir natürlich immer noch unsere Range, die sich jetzt so über die letzten Tage hier gebildet hat. Also, mit den Schlusskursen hier haben wir einfach eine Range zwischen 31.200 und ungefähr 29.800 US-Dollar gebildet. Dort sind wir weder nach oben noch nach unten hin ausgebrochen. Wir hatten diesen WIC einerseits, wo die Bitcoin-ETFs abgelehnt wurden, die mittlerweile wieder von BlackRock, Fidelity, was weiß ich, was wer da noch eingestellt hat, alle wieder neu eingereicht wurden. Also, da wird es jetzt auch in den nächsten Wochen wieder mal was Neues geben. Und nach oben hin haben wir es auch noch nicht geschafft, eben durchzubrechen. Auch hier wurden wir rejected. RSI natürlich deutlich, deutlich erhöht mittlerweile. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem 4-Stunden-Time-Frame an. Wie sieht es dort aus? Auch hier natürlich erhöht, aber wir haben noch etwas Luft nach oben. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir eben heute im Laufe des Tages, auch wenn jetzt wenig Bewegung ist, dadurch, dass die USA eben zu hat, dass wir trotzdem nochmal versuchen, hier eben dieses Hoch mindestens anzulaufen, die 21.450 bis sogar 31.800 US-Dollar. Und das wird dann auch jetzt endlich mal der Short-Entry werden, weil ich danach wirklich davon ausgehe, dass wir erst einmal eine Korrektur erleben. Zumindest in dem Bereich der 28.800 bis 29k darüber, wo wir ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen haben. Weil wir kommen jetzt wirklich hier in einen massiven Widerstandsbereich, den wir jetzt zwar schon einmal angelaufen haben, trotzdem, wir haben ihn nicht bis zur Grenze nach ganz oben angelaufen. Die 32.4 sind hier immer noch hartnäckig. Dort liegen die letzten hoch. Volumentechnisch liegt hier nicht mehr viel, aber das ist halt eben unser Bärenmarkt-Widerstand. Trotzdem, um jetzt mal wieder ein bisschen ausführlicher zu werden, gehen wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Daily-Time-Film. Haben wir derzeit zwei Möglichkeiten. Also, ihr seht hier schon diesen gelben Strich. Das ist das Preisziel von unserem Inverse Head & Shoulders. Das ist auf jeden Fall noch drin. Das heißt, die 35.000 oder sogar 40.000 US-Dollar sind drinnen, theoretisch, wenn eben die 32.400 brechen. Das gleiche Szenario hatten wir hier damals schon, wo wir an diesem Punkt waren. Hat sich nicht ausgespielt. Jetzt ging gestern wieder was rum mit einem Cup-and-Handle-Chart-Pattern. Das heißt hier, das wäre so ziemlich der Cup. Das hier, die Handle und jetzt eben hier das Breakout, wo wir gerade derzeit wagen in den letzten Stunden, beziehungsweise in den letzten Tagen. Preisziel wäre deutlich, deutlich höher, da würden wir sogar Richtung 50.000 oder 46.000 US-Dollar schielen. Halte ich grundsätzlich vielleicht für möglich, wäre mir aber gerade ein bisschen zu optimistisch. Kurse von 46.000 bis 50.000 sehe ich derzeit nicht. Für mich maximal hier die Grenze eben die 34.000 bis 40.000 US-Dollar, was auch vom Preisziel her sehr, sehr gut passen würde. Aber wie gesagt, wir müssen einfach einerseits diese Range hier verlassen. Wir dürfen nicht eben hier bei der 31.8, wovon ich derzeit einfach stärker ausgehe, dass wir die 31.8 antesten, beziehungsweise 32.4 irgendwo in dieser Range hier oben. Das wird dann wie gesagt unser Short-Entry werden, dass wir dann hier rejected werden und dann nach unten hinfallen. Ich bin grundsätzlich, was das anbelangt, eher davon überzeugt, dass wir nochmal runtergehen. Aber durch eben diese Preisziele von 34.000 bis 40.000 US-Dollar und eben, warte, jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz in den Daily-Time-Frame, und eben mit der Co-Existenz, dass wir hier noch ein riesiges Void haben, ist es halt echt risky, hier diesen Short einzugehen. Wir haben den Long noch offen und ich überlege auch, sollten wir jetzt, und das hat mir gestern eben noch gefehlt, dieser Close über diese Marke von 31.400 US-Dollar, kriegen wir einen Close über 31.400 US-Dollar auf Daily-Sicht, ist es verdammt bullish. Und nur weil der RSI jetzt hier möglicherweise die Bearish Divergence hat, ihr seht es hier drüben, wir waren kurzzeitig hier bei 89 und der RSI ist jetzt gerade mal bei 70. Also wir haben enormes Potenzial noch nach oben und so ein 30%-Move ist auf jeden Fall drin. Und kriegen wir hier den Daily-Close über diesen 31.400, 31.500 US-Dollar, werde ich wahrscheinlich auch die Long-Position verdoppeln und auf den Short scheißen. Schauen wir jetzt einfach mal, wie es im Laufe des Tages weitergeht. Wie gesagt, momentan gehe ich hier noch nicht Short, da fehlt mir einerseits dieses Hoch hier eben noch, unter halt diese 31.800, die ich gerne noch antesten würde, und dann wird es natürlich auch auf die Reaktion ankriegen. Ballern wir da natürlich durch, kriegen auch einen Stunden-Close über 31.800, dann ist es wurscht, dann ist der Short einfach erledigt. Ansonsten, wenn wir hier oben ein bisschen konsolidieren, dann ist es für mich eher das Zeichen, nach unten abzuverkaufen. Kriegen wir da eine Daily-Close über 31.500, bin ich as fuck bullish. Und dann können wir auch wirklich Richtung 34 oder sogar 40k nach oben hin ballern. Passt mit mehreren verschiedenen Preis-Zielen überein. Und ja, genau. Soviel erstmal zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum kommt auch langsam in den interessanten Short-Bereich rein. Also, gestern in der Spitze auf 1.976 US-Dollar gekommen. Ihr wisst, oder wir haben ja letzte Woche immer wieder drüber gesprochen, Short-Bereich liegt zwischen 1.985 bis ungefähr 2.020 US-Dollar, beziehungsweise sogar ein bisschen höher, bis 2.050 US-Dollar. Aber ist eine große Range, deswegen auch hier bisher noch kein Short, beziehungsweise ein Short hier einfach, wenn wir jetzt hier ein Short reingemacht hätten, hätten wir einfach einen Risk von 4%. Das ist mir eindeutig zu viel. Deswegen warte ich nochmal auf das nächste Leg-Up. Genauso eben wie bei Bitcoin. Wenn ich von Bitcoin noch ein bisschen 500 bis 800 Dollar ausgehe nach oben, dann können wir Ethereum auch hier locker den Bereich 2015 US-Dollar antesten und dann gegebenenfalls auch erst hier oben einen Short reingehen und nur noch 1,6% Risk haben. Also das sind alles so Dinger, die ich momentan noch ein bisschen im Kopf habe, aber es hat sich hier wenig getan. Klar, wir haben eine leichtere Outperformance gegenüber Bitcoin gesehen. Hat natürlich auch damit zu tun, Bitcoin in der Seitwärtsphase, da tut sich nicht wirklich viel. Und da ziehen natürlich die Altcoins unter die Ethereum natürlich auch fällt, einfach ein bisschen nach. Aber ansonsten hat sich echt wenig getan. Wir haben jetzt die Range hier erstmal ein bisschen durchbrochen mit den letzten Hochs. Impulsiv, ja, mit einigermaßen Volumen. Die Bestätigung ist noch ausgeblieben, brauchen wir aber nicht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns jetzt in den nächsten Stunden, wenn weiterhin Seitwärtsphase ist oder jetzt nichts Exorbitantes passiert, die 2015 bis 2018 US-Dollar angelaufen werden. Und dann wird es interessant, schaffen wir das hoch, dann sind natürlich, wie gesagt, sehr, sehr schnell die 2050 drin. Und das wäre mir immer noch, also Best-Case-Szenario wäre hier oben die 2050 zu shorten, weil wir dann einfach die Ineffizienz gefüllt hätten, das Void, und einfach, keine Ahnung, besseres Chancen-Risiko-Verhältnis hätten. Zweitbester Entry würde dann hier unten bei den 2016 US-Dollar liegen. Aber wie gesagt, da muss der Stop-Loss über das Void. Und das würde unseren Stop-Loss einfach exorbitant in die Höhe ziehen, was ich derzeit nicht möchte. Ansonsten Traders Reality in die Karte auch ganz kurz mal anmachen. Wie sieht es dort aus? Wir sind weiterhin hier auf einen 1-Stunden-Trend. Also das heißt, der Trend ist noch nicht gebrochen. Wir sind weiterhin erst einmal bullish. Psy-Range nach oben hin auch durchbrochen mit einer Vector-Candle. Sieht auch nicht schlecht aus. Re-Entry wäre vielleicht nochmal möglich, hier 1927. Eventuell nochmal diese Psy-Range zu testen. Retest und dann gib ihm nach oben Richtung 2050 US-Dollar. Vielleicht können wir das so nochmal ein bisschen deichseln, dass wir hier eventuell auch nochmal einen kleinen Long reinprobieren. Würde sehr, sehr gut passen. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, wäre es auch mit 0,500 Golden Pocket sehr stark übereinstimmt. Passt eigentlich gut. Was ich noch zeigen wollte, Open Interest auch weiterhin bei Bitcoin. Höhere Hochs, höhere Hochs auch im Open Interest. Also alles hier momentan noch okay. Da müssen wir uns erst einmal keine Sorgen machen. Gut, damit würde ich sagen, war es das wieder fürs heutige Update-Video. Eventuell kommt später noch ein kleines Altcoin-Update-Video, nach dem sich jetzt sowieso generell nicht so viel tut. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, eventuell hören wir uns später. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Nachdem gestern kein Video da war, kann ich das noch sagen. Ja, erfolgreiche Woche. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.